Ö1 Podcast Von den Anfängen bis zur Gegenwart. Eine kompakte Geschichte Österreichs. Mit Ernst Bruckmüller und Wolfgang Ritschel. Heute Franz Ferdinands Ende in Sarajevo. Der Erste Weltkrieg und das Ende der Monarchie. 1867 wurde Ferdinand Max, der jüngere romantische Bruder von Kaiser Franz Josef, erschossen. Er hatte in Mexiko als Kaiser von Frankreichs Gnaden gerade einmal drei Jahre regiert. Im Jänner 1889 ermordete sein Sohn und Thronfolger Rudolf seine geliebte Mary Vetscherer und gab sich dann selbst den Tod. Nur neun Jahre danach wurde Kaiser Franz Josefs Ehefrau, Kaiserin Sissi, in Genf von einem italienischen Anarchisten ermordet. Vom Kaiser ist der Ausspruch überliefert, mir bleibt doch gar nichts erspart. Der Selbstmord von Rudolf beförderte einen anderen Erzherzog in die Rolle des Thronfolgers, Franz Ferdinand, Sohn des Kaiserbruders Karl Ludwig. An dessen Ausbildung musste er erst einmal gefeilt werden. Er litt an Tuberkulose, die erst 1898 als geheilt galt. Er ging häufig auf die Jagd, hasste die moderne Kunst, hatte eine Abneigung gegen die Ungarn, heiratete eine Adelige aus einer böhmischen, aber den Habsburgern nicht ebenbürtigen Familie und errichtete in Belvedere eine Art Schattenregierung ein. Was Herr Bruckmüller wäre von Franz Ferdinand zu erwarten gewesen, wenn er tatsächlich den Thron bestiegen hätte? Ja, das ist eine dieser schönen Was-wäre-wenn-Fragen, die die Historiker so lieben, weil wir wissen es natürlich nicht und kein Mensch weiß, was wirklich passiert wäre, wenn der Franz Ferdinand die Regierung übernommen hätte. Was man einigermaßen zu wissen glaubt, mit aller Vorsicht, ist, dass er vermutlich versucht hätte, vor der Krönung zum ungarischen König dort irgendetwas zu ändern, weil das ungarische Regierungssystem mit der Herrschaft einer bestimmten Krieg ihm sehr auf die Nerven ging. Zum Unterschied von Franz Josef hatte er auch wenig Sprachtalent und das Ungarische lag ihm überhaupt nicht. Und daher auch seine Abneigung gegen die Madian, dass ihm als Offizier einiges Unangenehme passiert in seiner aktiven Zeit. Also eigentlich war er ebenso wie der Franz Josef ein Absolutist. Am liebsten wäre ihm gewesen, er könnte in der gesamten Monarchie allein herrschen, so wie die Vorfahren der gute Kaiser Franz oder so. Das war natürlich nicht mehr möglich in Zeiten wie diesen. Um 1910 oder 1914 wäre eine solche Regierungsform vermutlich nicht mehr durchsetzbar gewesen. Aber es gibt immer noch Gerüchte, er hätte einen Staatsstreich vorgehabt und eventuell durch einen Militärputsch wirklich den Absolutismus zurückgebracht. Dann gibt es die andere Variante. Nein, er hätte eine trialistische Lösung für die Habsburger Monarchie gesucht, die Südslaven in einem eigenen Staat zusammengefasst oder vielleicht auch eine Lösung für Böhmann. Es gibt auch Hinweise darauf, dass er den deutsch-liberalen und deutsch-nationalen Abgeordneten gesagt hat, es wird keine Lösung gegen die Deutschen geben und so weiter. Das heißt, das sind alles offene Fragen, die man nicht wirklich sinnvoll beantworten kann. Eines kann man schon sagen, er hat zu Franz Ferdinand galt das einigermaßen cholerisch und seine Frau hat ihn immer wieder beruhigt. Also sie war eigentlich ein stabilisierender Faktor in seinem Leben. Am 28. Juni 1914 wurde der Thronfolger Franz Ferdinand den Sarajevo ermordet. In Wien verbat man sich jede ausländische Teilnahme an der Trauerfeierlichkeit, weil man keinen gesamteuropäischen Kongress wollte, der womöglich friedliche Lösungen vorgeschlagen hätte. Am 23. Juli wurde Serbien ein Ultimatum übergeben. Fünf Tage später erklärte Österreich-Ungarn Serbien den Krieg. War der Balkan für die Monarchie tatsächlich so wichtig, dass der Kaiser dafür einen großen Krieg begann? Man hat ihn als so wichtig angesehen. Das ist zweifellos der Fall gewesen, sonst hätte man dieses gewaltige Risiko nicht eingegangen. Man darf ja nicht übersehen, dass es auf dem Balkan zwei Kriege gegeben hat. 1912, 13, erster, zweiter Balkankrieg. Zuerst alle Balkankristen mehr oder weniger verbündet gegen die Osmanen. Die Osmanen verlieren, dann alle Sieger gegen die Bulgaren, die Bulgaren verlieren. Und in diesen zwei Kriegen hat Österreich natürlich mit großer Sorgfalt beachtet, was passiert ist. Und was passiert ist, war zunächst eine starke Stärkung Serbiens. Die Serben hatten aber eine starke Minderheit innerhalb der Monarchie, teilweise im Königreich Kroatien, teilweise im eigentlichen Ungarn und natürlich auch im besetzten bzw. annektierten Bosnien. Und die Stärkung der serbischen Stellung auf den Balkan hat immer auch Rückwirkungen gehabt auf die serbischen Volksgruppen innerhalb der Habsburger Monarchie. Nun wurde Serbien am Ende des Zweiten Balkankrieges von Österreich insofern zurückgedrängt, als Österreich mit einem Ultimatum erreicht hat, dass sich die Serben von der Adria, wohin sie durch das heutige Albanien vorgedrungen sind, wieder zurückgezogen haben und dass der Staat Albanien gegründet wurde, der in Zukunft die Funktion hatte, die Serben vom Meer abzuhalten. Also tatsächlich spielt dieser Erste und Zweite Balkankrieg eine sehr, sehr große Rolle bei allen Überlegungen, die im Juli 1914 in Wien angestellt wurden. Bis zum Jahresende 1914 hatte man schon eine Million Mann verloren. Die Truppen waren in verlustreiche Abwehrschlachten involviert. Auch der Krieg gegen Serbien blieb zunächst einmal erfolglos. 1916 schien Österreich-Ungarn reif für eine feindliche Übernahme. Im November starb dann auch noch Kaiser Franz Josef, während der letzten zwei Kriegsjahre regierte Kaiser und König Karl. Militärisch gab es zwar immer wieder auch Erfolge, das zentrale und für die Habsburger Monarchie letztlich unlösbare Problem, so sagen Sie, Herr Bruckmüller, wurde jenes der Ernährung. Das ist das Eigentümliche, dass gerade die Agrarstaaten wie Russland und Österreich-Ungarn an der mangelnden Ernährungsfähigkeit zugrunde gegangen sind. Das war schon in der russischen Revolution das zentrale Problem. Und eigentlich war auch Österreich-Ungarn, das ja auch überwiegend noch ein Agrarstaat war, nicht in der Lage, die Bevölkerung und die Armee ausreichend zu ernähren. Man könnte jetzt natürlich das lange Klagelied vom österreichischen Palavatsch anstimmen, das ja eh immer richtig ist und immer seine Berechtigung hat. Aber tatsächlich hat man halt viele Dinge auch gar nicht vorhergesehen. Man hat den Krieg begonnen, ohne die geringsten ökonomischen Vorkehrungen zu treffen. Man hat weder auf finanzielle noch auf andere Reserven geachtet, ob die vorhanden wären, sondern man hat einfach den Krieg begonnen, in der Hoffnung, er würde sehr bald und zwar siegreich zu Ende gehen. Das bedeutet dann sehr rasch eine Steigerung der Lebensmittelpreise. Plötzlich gibt es das eine oder das andere nicht mehr. 1915 muss man bereits eine Art Planwirtschaft einführen, was natürlich nicht funktionieren kann in einer Gesellschaft, die ja nicht auf eine Planwirtschaft vorbereitet ist. Das war im Zweiten Weltkrieg schon viel anders. Da hatte man die bösen Erfahrungen des Ersten Krieges und konnte daher vom ersten Kriegstag an ganz anders vorgehen. Tatsächlich wird die Ernährungslage von Jahr zu Jahr schlechter. Nach jeder Ernte ging es ein bisschen bergauf, aber im Winter darauf immer noch mehr bergab. Der schlimmste Kriegswinter war 1917, 1918, teilweise als Folge eines großen militärischen Erfolges. Die berühmte Schlacht bei Kaffreiter Durchbruch an der Isonzo-Front mit deutscher Hilfe errungen, hat monatelang die Eisenbahnkapazitäten der Monarchie vollkommen in Anspruch genommen. Es gab Munition und Kanonen und Gasgranaten und Gewehre und alles Mögliche für die Front, für die Isonzo-Front. Da ist der Durchbruch auch gelungen. Aber es gab keine Waggons für Kartoffeln aus Böhmen. Die sind dort verfault, weil die Waggons anderswo tätig waren. Dann hat man die Schlacht gewonnen und hatte noch 200.000 italienische Gefangene zu versorgen. Man wusste auch nicht, wie. Also es war eigentlich ein Pyrrhus-Sieg, der das Ende letztlich noch beschleunigt hat. Kaiser Karl, der 1916 den Thron bestiegen hatte, bemühte sich um den Frieden. Allerdings wurden seine Sondierungsversuche mit Frankreich im April 1918 öffentlich. Er musste sich dafür beim deutschen Kaiser entschuldigen. Danach war Österreich eigentlich nur ein Satellit Deutschlands und die Monarchie letztlich schon am Ende. Kann man das so sagen? Ja, zweifellos. Also das völlig unerklärliche Handeln des Außenministers Czernin, der plötzlich im Wiener Gemeinderat erklärt hat, die Franzosen hätten nun Frieden angesucht. Und dann kam die Antwort aus Paris. Na ja, das war ein bisschen anders. Ihr habt es bei uns angesucht. Und das war eigentlich nicht nur ein Schuss ins Knie, sondern eigentlich schon eine Art Selbstmord, gelungener Selbstmordversuch, der dann dazu führte, dass eben die staatliche Eigenständigkeit oder die Handlungsfähigkeit der Monarchie praktisch gegen Null ging. Man musste sich dann den Deutschen, die natürlich geschäumt haben, ausliefern. Warum haben die Deutschen geschäumt? Weil Kaiser Karl in einem dieser berühmten Sixtus-Briefe, Sixtus war der Schwager von Bourbon Parma, der ein belgischer Offizier, der diese Briefe transportiert hat nach Paris, weil Karl in einem dieser berühmten Sixtus-Briefe gesagt hat, na ja, wir haben durchaus Verständnis dafür, wenn Frankreich sich wieder Elsass-Lothringen zurückholt. Und das hat man dann in Deutschland in die falsche Kehle bekommen. Das Jahr 1918 war von Überläufen, Dessertionen und Meutereien gekennzeichnet. Die Zustimmung der Bevölkerung zur Habsburger Monarchie hatte sich, also auch im Inland, bereits bedenklich reduziert. Wie war das im Parlament? Da war ja der Staat vor 1914 kaum wirklich infrage gestellt worden. Das stimmt, im Parlament hat man ja seine normalen Geschäfte betrieben, die parlamentarischen Erledigungen wichtiger Dinge gingen auch einigermaßen über die Bühne bis 1914. 1914 war das Parlament allerdings gerade auf Urlaub. Das hat man immer gerne gemacht, wenn so lange gestritten wurde. Der Umgangston war also nicht besonders freundlich. Aber bei Mosil steht es ja, wenn das Parlament zu laut gestritten hat, wurde es nach Haus geschickt und alles freute sich, dass wieder absolutistisch regiert wurde. Dann wurde das Parlament wieder einberufen. Tatsächlich einberufen wurde es erst wieder 1917 von Kaiser Karl und in den letzten Mai-Tagen 1917 tritt es zusammen. Und da gibt es jetzt wirklich ein neues Phänomen. Sowohl die Südslaven wie die Tschechen legen staatsrechtliche Deklarationen vor, in denen sie, zwar immer noch angeblich im Rahmen der Monarchie, eigene staatliche Organisationen für sich fordern. Nicht nur als Möglichkeit, sondern als Forderung aufgestellt. Diese Mai-Deklarationen sind eigentlich schon der Beginn einer Neuorganisation für die Nachkriegszeit. Das hat man damals vielleicht noch nicht so gesehen, aber es war so. Am 16. Oktober 1918 ließ Kaiser Karl sein berühmtes Völkermanifest mehr als die Verwaltung des Übergangs zu mehreren Nachfolgestaaten, war da aber realistischerweise nicht mehr zu erreichen. Oder hat das der Kaiser noch anders gesehen? Kaiser Karl war bis zuletzt Illusionist. Er hat wirklich geglaubt, er könne irgendwie Herrscher bleiben und die Völker würden schon brav zu ihm stehen, was vielleicht für einige bäuerliche Gruppen überall noch gegolten hat, aber nicht mehr für die wirklich handelnden Personen und die handelnden Gruppen innerhalb der einzelnen Nationalgesellschaften. Ich glaube schon, dass er etwas illusionistisch war. Das Völkermanifest selber war ja von Haus aus verunglückt, weil es zwar die Umgestaltung eines Teiles der Monarchie in Nationalstaaten vorsah, aber eben nicht der Gesamtmonarchie, weil die ungarische Regierung mit dem Verweis auf den Krönungseid des Kaisers als König von Ungarn, der ja die Unverletzlichkeit der ungarischen Gebiete beschworen hat, es abgelehnt haben, dass sie da hineingekommen sind. Das heißt, das Völkermanifest gilt nur für den österreichischen Teil, also nur für die Tschechen, aber nicht für die Tschechen und Slowaken, die damals eigentlich schon einen gemeinsamen Staat beschlossen haben. Es galt für die Slowenen, es galt auch für die österreichischen Kroaten in Israel und Tarnazien, aber nicht für die Kroaten in Ungarn. Und damit war das Ganze eigentlich von vornherein nur ein Blatt Papier, das ja als Ausdruck einer Illusion gelten kann. Franz Ferdinands Ende in Sarajevo. Der Erste Weltkrieg und das Ende der Monarchie. Das war die 16. Folge einer kompakten Geschichte Österreichs, von den Anfängen bis zur Gegenwart, mit dem Historiker Ernst Bruckmüller und Fragen von Wolfgang Ritschel. Alle Folgen dieses Podcasts kann man dauerhaft nachhören unter oe1.orf.at Schrägstrich Archiv Schrägstrich Geschichte Österreichs